Gut gelaunt und mit ganz viel Badespaß haben die Besucher der Holstentherme die diesjährige Freibad-Saison eingeläutet. Alle, die Freude am Baden und Schwimmen haben, können ein tropisches Sommerfeeling in der entspannten Urlaubsatmosphäre genießen. Kurse sind die Aqua Jet Kurse, die finden Dienstagabends und Donnerstagabends statt und ein Kick-and-Punch-Kurs, der mittwochsabends stattfindet. Ansonsten sind die Kurse täglich, vormittags, nachmittags. Ausgebucht sind sie noch nicht. Es gibt einige Tage, die sehr stark gesucht sind. Das sind die Montage abends und die Freitage und die Mittwochabende sind noch relativ ruhig. Ja, von klein bis groß, von dick bis dünn, wie man so schön sagt. Aqua Fitness ist ein Sport, den jeder betreiben kann, den alle Altersklassen betreiben können. Das ist das Schöne dabei und man entlastet ja komplett seinen ganzen Körper, seine Wirbelsäule und das ist sehr rückenschonend und gelenkschonend.